Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe ein Unboxing für euch, ihr habt es schon im Titel gesehen, von einer Goodiebox Limited Edition. Und zwar gibt es wieder eine mit Rituals, diesmal mit Ritual of Sakura. Ich habe mich riesig gefreut, als ich gesehen habe, dass diese Limited Edition online ist. Habe ich dann auch sofort bestellt. Kostet 29,95 Euro. Zum jetzigen Zeitpunkt ist sie noch verfügbar. Also falls ihr die haben wollt, schaut mal in der Infobox vorbei. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal rein und schauen mal, ob die sich... Ich würde aber starten, wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne meinen Kanal abonnieren. Ja, diese Rituals Limited Edition von Goodiebox sind immer der Kracher. Die sind mega gut. Da gab es mal eine von der Karma, meine ich. Karma war das. Dann gab es mal eine von der Ying. Die hat mir auch super gefallen. Und jetzt gibt es eine Sakura. Ich hatte mir ja eine Sakura gewünscht. Das war, glaube ich, letztes Jahr, als ich das gesagt habe, dass ich das gerne mal hätte. Und mein Wunsch wurde irgendwie erhört. Das ist total mega. Guck mal, das ist eine rosa Box. Und wer die Goodiebox noch nicht kennt, das ist eine Beauty-Abo-Box. Da gibt es auch Limited Editions, wie zum Beispiel diese. Die kauft ihr ohne Abo. Wie gesagt, 29,95 € einmalig. Ich lasse euch den Link unten drin. Und dann gibt es aber auch noch die reguläre Box. Da stelle ich euch monatlich die Welcome-Box vor. Das ist die Box, die ihr bekommt, wenn ihr das Abo abschließt. Und genau, da bekommt ihr immer 50% Rabatt mit meinem Code. Könnt ihr ja auch gerne mal reinschauen, falls ihr die Goodiebox noch nicht kennt. Das ist eine dänische Beauty-Box. Da sind immer so 5, 6 Beauty-Produkte drin. Auch mal ein bisschen was Außergewöhnliches, was man so vielleicht in der Drogerie nicht kaufen kann. Das ist eine sehr schöne Box und die kommt halt mit so einem Schubladensystem. Und auch die Limited Editions kommen mit diesem Schubladensystem. Das zieht man so auf. Und hier drunter liegen dann die Produkte. Hier ist auch immer noch mal ein Flyer mit dabei. Da kann man das dann scannen und kann einfach die Produkte sich auch noch mal angucken. Ich habe jetzt auch die Website noch mal aufgemacht. Also die hat einen Wert von 63,30 und die Box kostet 29,95. Hier sind sieben luxuriöse Beauty-Produkte drin. Alle von Rituals of Sakura. Sherry Blossom Essence. Riecht so gut hier aus. Das riecht wie in einem Rituals-Laden. Ich finde diesen Sakura-Duft einfach spitze. Der ist total klasse. Gucken wir mal, was hier so drin ist. Also hier sind richtig viele Sachen drin. Wir starten mal hier mit dem Ritual of Sakura. Das ist das Body Scrub. Das hatte ich bisher auch noch nicht. Da freue ich mich auch richtig doll drüber. Das riecht so gut. Und das sind Originalgrößen. Also das könnt ihr so bei Rituals tatsächlich auch kaufen. Sehr, sehr schön. Dann ist hier der Recovery Hand Balm mit drin. Das ist ein wirklich sehr reichhaltiger Handbalsam, der wirklich die Hände sehr gut pflegt. Am besten über Nacht auftragen. Also ich finde für tagsüber ist das ein bisschen zu schmierig. Aber über Nacht finde ich das Produkt sehr gut. Es ist für trockene Hände geeignet und hat 70 Milliliter. Hier sind richtig viele Sachen drin. Dann haben wir hier das Shampoo und auch den Conditioner aus der Sakura-Reit. Das ist auch cool, um das mal zu probieren. 50 Milliliter jeweils. Und ich glaube, das riecht dann genauso. Ich glaube, das riecht... Ja, das hat denselben Duft, nur nicht ganz so intensiv. Das werde ich mal in meine Schwimmbad-Tasche packen und werde das dann mal ausprobieren. Finde ich aber gut. Das sind zwei schöne Reisegrößen. Dann ist was hier drin, was ich so sehr mag. Das ist dieser Body Lotion Mousse. Oil to Mousse ist das. Also das... Wie soll ich euch... Oder Mousse to Oil so rum. Ich mache es jetzt mal nett auf, weil ich habe noch einen anderen im Bad. Also ihr sprüht euch das auf. Das ist wie so ein Mousse. Und wenn ihr das... Das wird so wie so eine ölige Lotion. Auf jeden Fall liebe ich das. Ich habe da schon mehrere Schäume von verschiedenen Sorten. Jetzt auch von Rituals in letzter Zeit leer gemacht. Und finde die alle wirklich gut. Und deshalb da freue ich mich mega drüber. 150 Milliliter. Dann ist hier drin einmal das Deo Spray. Das ist auch richtig cool, dass die das mit reinpacken. Das sind 150 Milliliter auch eben. Also das ist ein Spray. Ein Body Deo Spray. Wie auch immer. Ist auch wirklich gut. Hat denselben Duft wie auch die anderen Produkte. So richtig schön nach Kirschblüte. Und einfach... Also es ist einfach dieser Rituals. Dieser typische Rituals Duft. Und dann ist zum Schluss noch hier drin einmal ein kleines Duschgel. 50 Milliliter. Das ist so ein... Genau. Und Duschgel. Also das kommt immer so gelartig raus. Und dann kann man das so schön einschäumen auf der Haut. Es riecht fantastisch. Es riecht auch hier raus. Und... Ähm... Ja genau. Das war die Box gewesen. Was soll ich sagen? Ich bin richtig begeistert. Ich hatte mir... Ich hatte... Ich habe das gesehen, dass die Box online ist. Und dann habe ich sofort bestellt. Ohne mir Gedanken darüber zu machen, was da überhaupt drin ist. Ich habe nur gesehen Rituals. Mein Hirn hat ausgesetzt. Und ich habe sofort bestellt. Es lohnt sich definitiv. Also für 29,95 lohnt sich das sehr. Ich zeige es euch nochmal im Schnelldurchlauf. Also einmal das Deo Spray. Dann einmal der Duschschaum. Shampoo und Condition. Also so richtig so ein Reiseset für den Urlaub oder so. Oder um Rituals mal kennenzulernen. Dann das Body Scrub. Das habe ich echt noch nicht gehabt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Den Recovery Hand Balm. Finde ich auch gut. Und dann einmal dieser... Das ist mein Highlight hier drin. Das Body... Die Body Lotion Mousse. Genau. Ja. Das ist einmal die Limited Edition von Goodiebox. Die ist mal geil. Das ist wirklich die schönste Limited Edition vom ganzen Jahr. Wenn ihr die noch kriegen könnt, sichert euch die, wenn ihr Rituals liebt. Weil ich finde, das ist wirklich ein guter Preisvorteil. Man hat schöne Produkte, die man mal ausprobieren kann. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box findet. Ich würde mich jetzt auch schon verabschieden. Ich wollte euch nur die Box zeigen, dass es die gibt. Und hoffe, dass jeder von euch noch eine Box bekommt. Ich hatte euch das auch auf Instagram geteilt. Also ihr könnt da gerne auch in meine Deals- und Rabattegruppe reinkommen. Das ist so eine Gruppe bei Instagram. Das seht ihr auch oben in meinem Profil. Da könnt ihr einfach beitreten. Und da poste ich immer solche wichtigen Informationen. Und auch in meiner Story auf Instagram. Da ist das immer sofort drin, wenn ich irgendetwas sehe. Also das lohnt sich auf jeden Fall, mir da zu folgen. Dann verpasst ihr sowas auch nicht. Und jetzt würde ich mich verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Lasst mir super gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.